Ich bin Enrico Seidlitz und verantworte ich für den Weinkirder hier bei SETTELS.COM. Unsere Philosophie hier ist, dass wir die Trauben so schonend wie möglich weiterverarbeiten. Das heißt, wenig pumpen, wenn es geht, auch mit Gravitation arbeiten, wenig Zusätze dem Weinen geben. Das heißt, das Gesicht des Weines zu bewahren, den jeweiligen Jahrgang zu respektieren. Wenn es auch geht, nicht zu filtrieren oder wenig zu filtrieren, wenig SO2 einzusetzen, keine Enzyme einzusetzen. Das sind Dinge, die uns hier sehr, sehr wichtig sind. Natürlich Methoden, das heißt, auch wenig Maschineneinsatz und viel auch mit den eigenen Sinn auch arbeiten. Das macht sehr viel Spaß und das ist so ein Hintergrund hier.